Willkommen, mein Name ist Lutz Reinhardt von profischnapp.de und ich zeige Ihnen heute einen tollen Esstisch von Sören aus Holland namens Wagon, ein Esstisch vollmassiv Eiche, gekelbt in 190 cm Länge, 90 cm Breite, ein Kundensterno. Was lässt sich hier sagen? Der Tischwecken ist formal sehr designorientiert, sehr klassisch in der Formgebung, ohne viel Schnickschnack. Die Füße sind hier auch massiv aus dem gleichen Holz und so montiert, dass Sie an der Stirnseite die breite Seite haben und an der langen Seite die schmale Seite. Das kann man natürlich auch anders machen. Die Bohrungen sind aber im Moment so vorgesehen, ist aber kein Problem. Ich habe gerade den Beschlag angeguckt, den können wir auch drehen und dann können die Füße auch an der langen Seite breit sein. Sehr schön ist diese Kelkung, das nennt man so, wenn die Eiche mit weißer Farbe eingeschmiert wird und es dann so verrieben wird. Das wird meist manuell gemacht, damit es schön gleichmäßig ist. Also bei Sören wird es manuell gemacht. Hier sehen wir auch echte Äste, alle verwachsen, keine offenen Stellen. Der Tisch ist geölt, also natürlich versiegelt, sehr schön. Und das sind Dielen, die geschnitten sind, also der Tisch ist verzugsfrei. Ich schaue nach unten, hier sind Metallstreben, zwei Stück, die querlaufen, sodass er auch nicht durchhängt. Auf die Länge gesehen, das nimmt etwas den Druck weg. Der Tisch hat eine sehr hohe Stabilität, ich zeige Ihnen das mal. Okay, also hier brauchen Sie sich nicht zurückhalten, bleiben fest, können Sie auch auf dem Tisch tanzen. Und Sie haben Platz für drei Stühle hier, wir haben jetzt mal zwei hingestellt. Hier ein, hier ein, also locker für acht Leute. Der Tisch ist jetzt massiv reduziert, weil es ein Kundensterno ist. Und ein echtes Schnäppchen bei uns, bei profischnap.de. Online unter profischnap.de geben Sie oben rechts Wagon ein, W-A-G-O-N, Waggon. Und dann kommen Sie zu diesem Tisch. Oder Sie kommen nach Impfingen, dann steht er hier bei uns im Schnäppchenkeller. Können Sie ihn live anschauen und hier auf dem Tisch tanzen und dann auch mitnehmen. Wir versenden deutschlandweit zum Spezialtarif profischnap.de, Ihr Online-Outlet für Markensofas und auch für Markentische. Sören ist eine ganz tolle Firma aus Holland. Geben Sie mal ein, S-E-U-R-E-N, Säuren und Tische. Dann sehen Sie, was Michael Sören, Mikkel Sören alles macht. Okay, soweit von mir heute. Wagon, eine Empfehlung von mir für Sie. Schnappen Sie zu. Dankeschön, Ihr Lutz Reinhardt und Tschüss.